Da ist ein Problem auf beim Programmieren in EOS, denn wir müssen nicht nur die richtigen Methodenaufrufe machen, wir müssen nicht nur die richtige Form der Befehle einhalten, sondern wir müssen auch auf die Reihenfolge achten. Und da passiert es schon mal schnell bei komplizierteren Codes, dass wir die Reihenfolge vertauschen und dann ein Ergebnis erhalten, bei dem ein Objekt über einem anderen Objekt liegt, wobei es doch eigentlich drunter liegen müsste. Aber das lässt sich schnell korrigieren. Am besten macht man das Ganze, indem man die dementsprechenden Zeilen, die woanders hin sollen, markiert, dann hier oben auf Bearbeiten klickt und auf Ausschneiden. Und dann gehen wir einfach an die Stelle, an die wir das einsetzen wollen, zum Beispiel hier vor Ellipse, machen einmal mit der Return-Taste eine neue Zeile, klicken auf Bearbeiten, Einfügen und zack, sitzt unser Ausschnitt, den wir oben sozusagen rausgenommen haben, jetzt an der Stelle, wo wir ihn hin möchten. Und das kann ich natürlich unbegrenzt machen, aber auch hier muss man dann aufpassen, dass keine Leichtzinsfehler unterlaufen und man den ganzen Code zerreißt. Ich muss das von Anfang bis zum Ende sozusagen markieren. Wenn ich das nur so mache, dann verliere ich hier irgendwo einen Methodenaufruf und das Ganze funktioniert dann vielleicht noch schlimmer oder überhaupt nicht mehr.